Nicht den Bürgern Ärger machen, sondern das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung stärken. Das will die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. Personenbezogene Daten können nur noch nach ausdrücklicher Einwilligung gespeichert werden. Und es gibt ein Recht auf Vergessen. Wer will, kann überall, außer natürlich bei Behörden, die Daten über sich rückstandslos löschen lassen. Auch aus Suchmaschinen. Rechtswissenschaftler Ralf Poscher forscht über den Datenschutz. Im umfassenden Auskunftsanspruch über gespeicherte Daten sieht er eine große Hürde für Unternehmen und Organisationen. Man kann sich einfach vorstellen, für eine Universität zum Beispiel ist das gar nicht so einfach. Die müsste Ihnen also praktisch Auskunft darüber erteilen, welche Daten insgesamt über sie in der Universität gespeichert sind. Einschließlich etwa der Ausleihen der Bücher, die noch in der UB registriert sind und Ähnlichem. Darauf sind solche Institutionen erstmal nicht eingestellt. Die Bemühungen um strengeren Datenschutz sind trotzdem wichtig. Denn Angaben zur Person lassen sich immer präziser auswerten. Und es besteht die Gefahr, dass Daten an Orte geraten, wohin sie nicht sollen. Wir müssen uns immer anschauen, in welchen Kontexten werden welche Art von Daten verwandt. Und in medizinischen Kontexten etwa geben sie höchst intime Dinge über sich preis. Das ist völlig unbedenklich, weil man könnte sie gar nicht behandeln, wenn man es nicht tun würde. Wenn dieselben Daten aber wie am Arbeitgeber landen, dann sieht das schon wieder anders aus. Mit der verbrieften Datenauskunft für alle soll in Europa der Missbrauch von Daten systemisch unterbunden werden. In den USA sieht man das eher pragmatisch. Man orientiert sich da mehr an konkreten Problemen. Und wenn so ein Problem auftaucht, dann reagiert man auch, aber dann sehr spezifisch in einem bestimmten Bereich. Und tendiert aber nicht dazu, dann gleich sozusagen ein ganzes Regelungssystem zu entwickeln. Als aufgedeckt wurde, dass der amerikanische Geheimdienst das Telefon der deutschen Bundeskanzlerin abgehört hatte, waren die Reaktionen verhalten. Die Reaktion in den USA war eher, naja, seid nicht so naiv, seid ihr selber schuld, wenn ihr so dumm seid, eurer Kanzlerin ein Handy zu geben, was wir überwachen können. Ein No-Spy-Abkommen mit den USA ist nach der Telefonspionage in Deutschland nicht zustande gekommen. Und das, obwohl sich Präsident Obama mit Bundeskanzlerin Merkel eher gut verstanden hat. Die Amerikaner sind trotzdem nachdenklich geworden. Anlass ist das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica, das die Daten von bis zu 87 Millionen Menschen ohne deren Wissen im Präsidentschaftswahlkampf 2016 genutzt hat. Da gibt es jetzt durchaus Überlegungen, ob das nicht ganz sinnvoll ist, was in Europa passiert, ob da Elemente dabei sind. Und ich glaube, so werden die auf diese Dinge gucken. Ich glaube, wir können jetzt nicht damit rechnen, dass die morgen ihre eigene Datenschutzgrundverordnung machen. Aber die werden sich angucken, gibt es Elemente in dieser Grundverordnung, die für die Lösung bestimmter Probleme hilfreich sein könnten. Und das, glaube ich, interessiert sie daran. Der europäische Datenschutz ist auch ein Ziel der wissenschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg. Das interdisziplinäre Zentrum für Sicherheit und Gesellschaft will etwa dabei helfen, gespeicherte Daten gegen die immer ausgefeilteren Angriffe von außen zu verteidigen. Bislang gelang es Hackern, vermeintlich anonyme Daten mit Spezialalgorithmen wieder zu personalisieren. Aus den USA stammt zum Beispiel die Idee, Daten generell mit einer Art Impfung immun zu machen. Es gibt Technologien, wo man gleichsam Fehldaten in diese Prozesse einführt. So ein bisschen wie bei Lautsprechern, die so durch Rauschen Geräuschunterdrückung erzeugen können, ohne aber den Ton zu sehr zu verfälschen. So gibt es Verfahren oder experimentiert man mit Verfahren, wie man auch sozusagen Fehldaten, gleichsam ein Rauschen in die Daten einführen kann, dass einerseits die statistischen Ergebnisse, die man in diesen Big Data Verfahren braucht, nicht zu sehr verfälscht, so wie bei dem Klang der Kopfhörer auch. Aber andererseits ist es dann völlig unmöglich, die Dinge zu de-anonymisieren. Ein Blick von Menschen auf Datenansammlungen hilft heutzutage nicht mehr, um Gewissheit über funktionierenden Datenschutz zu gewährleisten. Kontrollen können nur noch technischer Natur sein. Auch hier sehen sich die Freiburger Wissenschaftler gefordert. Also müsste man praktisch diese Big Data Verfahren reflexiv einsetzen und praktisch Big Data einzusetzen, um Big Data zu kontrollieren. Wie etwa so etwas aussehen könnte, welche rechtlichen Vorgaben man da machen müsste. Was wäre sozusagen der rechtliche Input, den es braucht, um diese Kontrollmechanismen richtig zu designen, wäre eine andere Technologie, an die man denken könnte, um Datenschutz im Zusammenspiel von Recht, Technik und Sozialwissenschaften zu verbessern. Der Datenschutz soll ständig weiterentwickelt werden. Wenn das System einmal flächendeckend funktioniert, könnte es auch Vorbildcharakter über Europa hinausbekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.